Oh Mann, heul nicht. Mimimimimi. Ausländer abschieben. Ey Arschgeige, ich bin hier auch geboren. Hi, ich bin Rehan Shahin. Ich bin Wissenschaftlerin und manchmal auch Rapperin. Ich habe bei der MeToo-Hashtag-Initiative mitgemacht, weil ich es wichtig finde, Menschen auf Rassismus aufmerksam zu machen. Schauen wir uns mal an, was die Menschen so geantwortet haben. Mein Tweet. Sie können aber gut Deutsch. Antwort. Danke, Sie auch. Hashtag MeToo. Wenn ich jemanden treffe, der vom Namen her Ausländer ist und ich sage, Sie sprechen ja gut Deutsch, dann ist das ein Kompliment. Es sagt aus, dass die deutsche Sprache schwer ist. Es honoriert den Aufwand, den derjenige betrieben hat. Ist auch geil, wie er dann irgendwie anfängt mit, also Ausländer ist für ihn ein ganz selbstverständlicher Begriff für Deutsche mit Migrationsgeschichten. Dieser Tweet zeigt halt auch immer, dass die meisten Leute, die darauf reagieren, irgendwie einen Grund suchen, das zu beweisen, dass es keinen Rassismus in Deutschland gibt. Nach dem Motto, das ist doch nur ein Kompliment. Freu dich doch. Deutsche Sprache ist doch eine schwere Sprache. Ist doch toll, dass du es gelernt hast. Ey Arschgeige, ich bin hier auch geboren. Ich bin auch hier zur Schule gegangen. Ich habe hier Abitur gemacht und ich muss das genauso können wie du. Mi, 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 mi. Also so nach dem Motto, ihr seid alle am Jammern. Aber da schreibt er die falsche Anwalt. Mir persönlich ist es wichtig, dass man eben nicht nur jammert. Sonst wäre das zu einseitig. Es geht nicht nur darum. Es geht darum, den Menschen einmal zu beschreiben, wie das ist, als Deutsche mit Migrationsbiografie in Deutschland geboren zu sein, immer mehr als die anderen leisten zu müssen und trotzdem nicht akzeptiert. Außerdem soll es auch darum gehen, dass man sich mit den anderen austauscht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, plus die Tatsache, dass man einfach auch diese Komplexität von Rassismus zeigt oder von Diskriminierung. Das kann ja von so ganz harmlosen Fragen bis hin zu krassen, ja, gewalttätigen Ausgrenzungen führen. Und hört uns erst mal zu. Und wie könnte man das lösen? Sprechen ihre Eltern auch so gut Deutsch wie sie? Antwort, leider nicht. Warum nicht? Weil sie nicht die Bildungschancen hatten, die ich hier hatte und Deutschkurse halfen da wenig. Dann bringen sie denen doch, ups, dann bringen sie denen doch Deutsch bei, wenn sie Dozentin sind. Hashtag MeToo, Hashtag German Dream. Die Reaktion darauf? Ausländer abschieben. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Ja, finde ich auch. Ich kann das Gejammer über Bildungschancen nicht mehr hören. Sag doch einfach, dass deine Eltern keinen Bock hatten, die Sprache zu lernen. Integration ist eine Bringschuld der Eingewanderten. Deutschland muss sich nochmal mit Einwanderung auseinandersetzen. Auch natürlich akzeptieren, dass das ein Einwanderungsland ist. Und das macht man nicht mit so Sätzen, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht. Was soll das? Wir müssen erst mal sehen, dass hier einfach viele Menschen aus anderen Ländern reingekommen sind und zwar schon vor 50 Jahren oder 60 Jahren, dass die Nachkommen haben, die mittlerweile Deutsche sind und das erst mal akzeptieren. Und dann müssen wir uns um unser Zusammenleben kümmern. Also, ich glaube, wir müssen das keine Ruhe des Azимо escuches und heute übersehen. Vielen Dank.